Was richtig kompliziert ist, ne? Ne, ist die Abschlussprüfung, ist immer ein bisschen schwierig. So, seid ihr soweit? Ich sag nicht, was es ist, weil es ist die Abschlussprüfung. Auf die Pätze, fertig, los! Also nun nimmst du ein Notiertenestreng, ein Schwerser, ein Schwerser, ein wahrstieg, dann machst du dann so, dann so, so ein Driegel, und dann machst du noch ein Runder, und dann die Aufsacher, dann so 2, 3, 2, dann hier ist die Viertel. Das war's dann. Weiß das denn, ihr? So schnell!